Hallo Leute, willkommen zu einem nächsten Part von Netztest Social Empires. Beim letzten Mal haben wir die App genauer angeschaut und diesmal gucken wir uns mal in den App Store an, wenn ihr es haben wollt. Es ist gratis und es freut mich sehr, dass man das BAMUT-LIST und so bekommt. Und da ist es. Fast 5 Sterne. Okay, dann gehen wir mal zu den Details. Und wir gucken uns mal die kleinen Screenshots an. Leider ist es nicht quer, tut mir leid. Also hier wird alles noch erklärt. Star BAMUT-NEST, NEW, hier alles. Man kann auch Missionen schaffen. Dann gucken wir jetzt in die Restition. Diesmal kommen auch 5 Leute dran. Das erste ist von Gil von Türke54. Cool. Okay. Beim nächsten, beim nächsten. Toll, 5 Sterne. In Facebook brauche ich immer lange was zu machen, aber hier geht alles schneller. Okay. Von Apto Gurul. Okay. Social Empires. Einfach geil. Von Funk. Funk hellend. Ja. Dann Hammer. Bei Nicht-Erlaubnis-Lol. Einfach nice. Und den Top 5. Leon Lay 0-0-0-0-0-4-9-8 von Michael Hauser. Passt schon. Die waren alles in meinem Video. Danke. Und zugehörig gibt es noch Dragon City. Würde ich auch mixen. 10. Jumping Dog. Und die Gratis-Vision von allen. So. Das war's dann beim nächsten Part von The Letztest Social Empires. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sind's dann beim nächsten Letztest. Auf Wiedersehen, Leute. Dann wo the lauter. Dann wo die Instead state Lydia. Tschssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss bakın.